Wenn das, was ich Ihnen sagen möchte, wahr ist, ist fast alles, was wir am meisten schätzen – Freiheit, Schönheit, Vernunft, Familie, wirtschaftliches Wohlergehen und sogar das Gute – in Gefahr. Wer oder was stellt diese Bedrohung dar? Die Antwort darauf ist die mächtigste Ideologie der letzten 100 Jahre – Linksextremismus. Nicht-Liberalismus, Linksextremismus. Oder wenn Sie es vorziehen, Progressivismus. Linksextremismus zerstört alles, was es berührt. Hier nur einige Beispiele. 1. Die Universitäten Das offensichtlichste Beispiel – eines, das viele Liberale anerkennen – ist die fast vollständige Zerstörung der meisten Universitäten als Lernorte. Mit den Worten des Harvard-Professors Steven Pinker, einem Atheisten und Liberalen zu der Linksradikalen, Universitäten werden zu lächerlichen Brutstätten von Intoleranz. An fast jeder Universität und jetzt gar an Gymnasien oder sogar Grundschulen wird den Schülern beigebracht, mit denjenigen, die anders als sie sind, nicht zu diskutieren und sich eher auf Gefühl als auf Vernunft zu verlassen. 2. Die Künste Im Laufe der Geschichte bestand das Hauptziel der Kunst darin, die Menschen zu erheben. Durch Schönheit, künstlerische Exzellenz und emotionale Tiefe. Auf der linksradikalen Seite ist der Hauptzeug von Kunst, Bildhauerei und Musik zu schockieren. Deshalb ist so viel zeitgenössische Kunst bedeutungslos und beinhaltet Obstinitäten, z.B. Urin und Kot. Ja, Urin und Kot. Um eines von unzähligen Beispielen zu nennen, verfügte das Guggenheim Museum in New York im Jahr 2016 über eine funktionierende Toilette aus reinem Gold, zu deren Benutzung die Besucher eingeladen waren. Der Name der Ausstellung lautete Amerika. So konnte man sich buchstäblich auf Amerika entlasten. 3. Literatur Die englische Abteilung der University of Pennsylvania ersetzte das Porträt des größten englischsprachigen Schriftstellers, William Shakespeare, durch ein Bild einer schwarzen lesbischen Dichterin. Warum? Weil er ein weißer Europäer war. Linke Professoren haben das Streben nach Exzellenz durch das Streben nach Vielfalt ersetzt. 4. Spätprogramm In Amerika waren Spätprogramm-Fernsehsendungen völlig unpolitisch. Die Gastgeber glaubten, ihre Rolle sei es, die Zuschauer zu unterhalten und ihnen nach einem anstrengenden Tag Erleichterung und Gelächter zu bieten. Nicht mehr, nicht länger. Sie können kein Spätprogramm ansehen, wenn sie nur unterhalten werden möchten. Spätprogramm TV ist jetzt Linksprogramm TV. 5. Religion Die Linke hat einen großen Teil des Protestantismus, des Katholizismus sowie des nicht-orthodoxen Judentums zerstört, die heute kaum mehr als linke Organisationen mit religiösen Symbolen sind. In vielen Kirchen und Synagogen hört man eher, wie der Klerus über politische Themen spricht, als über jedes oder anderes Thema, einschließlich der Bibel. 6. Freie Rede Wenn es einen Grundstein für jeden Amerikaner gibt, auf den man sich einigen kann, so ist das die freie Meinungsäußerung. Die Linke ist jedoch dabei, dieses speziell amerikanische Gut zu zerstören. Fast die Hälfte der amerikanischen Jugend sagt, sie glaube an freie Meinungsäußerung, aber nicht für Hassrede. Der Punkt bei der freien Meinungsäußerung ist aber, dass jedem erlaubt wird, jede politische oder soziale Position zu äußern, egal, was man sich unter Hassrede vorstellt. Und Hassrede meint nun, jede Position anders der Linksradikalen. 7. Ethnie Amerika ist die am wenigsten rassistische, multiethnische Gesellschaft der Weltgeschichte geworden. Im Alltag kommen Amerikaner verschiedener Ethnien wunderbar miteinander aus. Aber die Linke vergiftet den Verstand junger Menschen permanent mit Tiraden wie strukturellen Rassismus, Mikroaggressionen und weißen Privilegien. 8. Boy Scouts Die Linke zerstört die Boy Scouts. Sie sind nicht einmal mehr die Boy Scouts. Sie sind jetzt nur noch die Scouts. Die Linke hat sie gezwungen, Mädchen aufzunehmen. Und hier ist eben der Kern der Linken. Sie zerstören nur. Sie erschaffen nicht. Die Boy Scouts halfen dabei, Millionen über Millionen Knaben in unabhängige, starke, gute Männer zu formen. Also wo ist die Linke Version der Boy Scouts? Sie existiert nicht. Es gibt keine. 9. Geschlechter Eines der gruseligsten Kapitel ist, dass die Linke die Geschlechterkategorien aufheben will. Kinder werden dazu erzogen, sich selbst nicht mehr als Junge oder Mädchen zu sehen. Lehrer werden dazu angehalten, ihre Schüler nicht mehr als Jungen oder Mädchen anzusprechen. Sondern als Schüler. In New York City muss man sich auf der Geburtsurkunde nicht mehr für männlich oder weiblich entscheiden. Sie können das Geschlecht X vermerken. All diese Geschlechterverwirrung kann nur zu einem führen. Verwirrte Menschen in einer verwirrten Gesellschaft. Also warum engagiert sich die Linke für so viel Zerstörung? Weil sie meint, Amerika sei ein Grundauf schlechtes Land. Aber Amerika ist nur verglichen mit einer Utopie schlecht. Und die Linke ist utopisch. Das war Dennis Prager. So war es nicht also. So war es nicht. Ich hab aus. Die Linke ist in der Durchsucht. Michaela, die Linke ist in der Durchsucht ohne Würfe. Ich habe die Linke nicht mehr. Ich habe keine Schlechterkunde dabei.